50 Prozent und mehr weniger Bürgergeld für Arbeitsverweigerer gefordert. Jens Spahn fordert drastische Kürzung des Bürgergelds. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte ja kürzlich einen Beitrag veröffentlicht zum Thema der Forderung von den CDU-Generalsekretär Karsten Linnemann. Der will ja Arbeitszwang für Bürgergeldempfänger, die die Arbeit verweigern, einführen, meine Damen und Herren. Ich habe mich in diesem Video schon mal ein bisschen dazu geäußert, dass ich das für billige Wahlkampfrhetorik halte und dass die CDU hier auf einem ganz schlimmen Weg ist, auf den Rücken von vielen hunderttausend, ich sag's mal, unschuldigen deutschen Bürgergeldempfängerinnen und deutschen Bürgergeldempfängern hier Wahlkampf zu machen, die aus vielerlei Gründen keinen Job mehr annehmen können, zum einen, weil sie krank sind oder weil sie entsprechend keine Bildungsstandards, also keine Bildung haben oder keine ausreichende Ausbildung haben, um einen neuen Job anzunehmen, weil ihnen solche Ausbildungen überhaupt gar nicht angeboten werden, selbst wenn sie nachfragen. Ich erlebe das ja in meiner Kanzlei, dass die Jobcenter hier auch wirklich hohe Hürden setzen und dass auch nicht ausreichend Jobs da sind für Bürgergeldempfängerinnen und Bürgergeldempfänger. Noch nicht einmal Jobs im öffentlichen Bereich. Und nun haut uns doch der Jens Spahn, Sie kennen den Typen, das ist der ehemalige Bundesgesundheitsminister, haut noch hier oben einen drauf und der sagt, er will drastische Bürgergeldkürzungen für Arbeitsverweigerer haben. Also meine Damen und Herren, ja, was will man noch dazu sagen? Er sagt, er will, dass arbeitsunwillige Bürgergeldempfänger weniger oder über 50 Prozent des Bürgergelds gekürzt bekommen. Und er hat also erneut scharfe Sanktionen angefordert und diese Drohungen des stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktionen richten sich an die Bezieher von arbeitsunwilligen Bürgergeldempfängern. So, und wo es, also er behauptet, es gibt hunderttausendfach zumutbare Arbeit auf allen Qualifikationsstufen und da, das mag ja alles sein, Herr Spahn, aber ich kann nur so viel sagen. Dazu müssen die Bürgergeldempfängerinnen und Bürgergeldempfänger aber auch erstmal arbeitstechnisch in der Lage sein, eine solche Arbeit umzusetzen. Viele von denen sind ja vielleicht schon jahrelang im Hartz IV oder im Bürgergeld. Würden vielleicht eine Arbeit annehmen, denen fehlt aber entsprechende Ausbildung. Wenn die nicht angeboten wird, können sie da nicht kürzen. Das wissen sie genauso gut, das wissen sie genauso gut wie ich. Natürlich ist es wunderbar, wenn man am 24. Oktober beim Baden-Württember, also beim Besuch in der CDU-Landtagsfraktion in Stuttgart, da solche Dinge raushaut. Meine Damen und Herren, ich halte das Ganze, die ganzen Forderungen von der CDU, von Spahn und von Linnemann für billige Wahlkampfrhetorik auf den Rücken der Ärmsten unserer Gesellschaft. Ich finde es nicht gut, dass man von dieser Seite her so einen Druck ausübt. Klar ist aber eins, wenn die CDU an die Macht kommt, werden sie hier die Daumenschrauben ansprechen. Und was auch noch von Spahn kommt, ist, dass, oder von einem Kollegen von Spahn kommt, dass man den Kreis von Bürgergeldempfängern sozusagen eingrenzen will. Dass man also sagt, dass Empfänger von Bürgergeld, die nur auf der Couch liegen, am Ende genauso viel Geld haben wie Menschen in Niedriglohnjobs. Das, meine Damen und Herren, das ist aus meiner Sicht letzten Endes auch für Schulden der CDU mit. Warum haben wir denn in Deutschland ein Niedriglohnsektor? Wie kann das eigentlich sein, dass wir einen Mindestlohn von 12 Euro haben oder ab Januar 2024 einen Mindestlohn von 12,41 Euro? Obwohl andere, wie zum Beispiel die Grünen und auch Teile der SPD, da 14 Euro gefordert haben. Wie kann es eigentlich sein, dass wir das sowas überhaupt zulassen, dass solche Grenzziehungen im Grundsatz überhaupt möglich sind? Was wir brauchen in Deutschland sind hohe und gute Löhne und keine Mindestlöhne und keine schlecht bezahlten Jobs, sodass man eventuell auf den Gedanken kommen könnte, diesen schlecht bezahlten Job auszutauschen gegen Empfang von Bürgergeld. Das ist letzten Endes alles aus meiner Sicht nur billige Wahlkampfrhetorik. Wir wissen auch, es gibt ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht aus dem Jahr 2019, dass Kürzungen beim Bürgergeld maximal bis 30 Prozent möglich sind. Alles andere ist gar nicht möglich. Deshalb ist die Forderung von Jens Spahn, 50 Prozent und mehr zu kürzen, schlicht und ergreifend billige Rhetorik. Das wissen wir auch alle, aber es kommt offensichtlich bei vielen ganz gut an, jetzt hier die Bürgergeldempfängerinnen und Bürgergeldempfänger in Deutschland gegeneinander auszuspielen. Meine Damen und Herren, ich halte das für den falschen Weg. Ich bin der Meinung, wir müssen selbstverständlich Druck auf die Bürgergeldempfängerinnen und Bürgergeldempfänger ausüben, die gesund sind, die arbeiten können, das ist klar. Aber nicht so, dass wir allgemein pauschal sagen, du musst jetzt diese Arbeit annehmen, ansonsten Christus nicht. Wir wissen ja gar nicht, ob er überhaupt in der Lage ist, eine spezielle Arbeit anzunehmen. Arbeitszwang ist verfassungsrechtlich überhaupt nicht erlaubt. Deshalb müssen wir sie mit anderen Maßnahmen zwingen, zum Beispiel Ausbildung anzunehmen und die Ausbildung dann auch bis zu Ende durchzuführen. Das bedarf aber wiederum einer guten Vorbereitung durch die Jobcenter. Und da habe ich schon wiederum meine Probleme, weil die Jobcenter ja gar keine Mitarbeiter haben. Also beißt die Katze sich sozusagen in den Schwanz. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.